Im Namen des Vereins Alster Dampfschifffahrt und im Namen der Besatzung ganz herzlich hier an Bord unseres historischen Alsterdampfers St. Georg begrüßen. Wir machen uns jetzt auf den Kurs der Alster Rundfahrt und haben hier soeben den Jungfernstieg verlassen. Und der ist nicht nur Hamburgs schönste Einkaufsstraße, sondern auch ein ganz wichtiger Verkehrsgrotenpunkt. Denn hier genau unter uns verkehren sechs Schnellbahnlinien auf vier unterschiedlichen Ebenen. Auf der rechten Seite sehen Sie hinter den Schiffen eine fünftbürgige steinerne Brücke, das ist die Resedammbrücke.